Wunderschönen guten Morgen zu Insert Moin, dem großen Jahresrückblick Teil 2. Wir starten mit dem Monat, was haben wir denn, April, der gleich mal mit einem Knüller startete. Die Branche war aufgerührt und zwar mit unserem April-Scherz. Was ging es da, Manu? Habe ich verdrängt. IDG hat uns gekauft angeblich im ersten April, aber war sehr spaßig, war sehr unterhaltsam. Tolle Aktionen gewesen auch von Markus Schwertl. Was der da mitgemacht hat, ja, das hat dem Ganzen noch mal eine zusätzliche Glaubwürdigkeit verschafft. Und es war echt schwierig, diesen Cast dazu aufzuzeichnen, ohne ernst, äh, ohne zu lachen. Ohne ernst zu bleiben. Und das war auch mit ihm schwierig, weil er ja auch immer so ein lustiger Mensch ist und gerne auch mal lacht und so was. Und dann haben wir jetzt echt da anstrengen müssen, das hinzubekommen. Das hat aber funktioniert. Es sind echt viele Leute darauf reingefallen. Und selbst Wochen, nachdem das aufgelöst war, bin ich noch darauf angesprochen worden mit, äh, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ihr dann bei IDG seid und sonst was? Und, äh, also es hat funktioniert. Die Leute sind drauf reingefallen. Die A-State haben ja wir gezogen, dass IDG uns wirklich nicht gekauft hat. Ja, wir haben so, genau stimmt, wir haben unseren Let's Play-Kanal dann aufgemacht. Genau, wir haben unseren Let's Play-Kanal aufgemacht. Ich habe extra noch ein Video im Handy dir zugeschickt und so. Also es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, die Aktion. Also auch diese ganzen Vorbereitungen. Also, ähm, wir haben ja den inszenierten Streit auf Twitter gestartet und so, was ja wirklich für Verunsicherung gesorgt hat. Äh, auch Entschuldigung an dieser Stelle. Aber es hat, äh, hat echt Spaß gemacht. Ja. Dann kam im April, äh, ja, Defiance, Injustice, Stanley Premonition, Directors Cut. Erstmal so. Nein, Defiance. Defiance fand ich nicht so gut. Defiance hätte mich ansprechen können, weil sie ja gesagt haben, wir vermischen Videospiele mit Serie und Science-Fiction-Serie. Dachte ich erst, geil. Habe ich mir jemanden den Podcast dafür eingeladen und der hat gesagt, mh, von Eurogamer war das, glaube ich, der Frank. Und der hat gesagt, mh, naja, nee, also funktioniert nicht so richtig, weil die Serie ist ja auch schon produziert und bis sich das alles mal auswirkt, kann man, glaube ich, noch eine Weile warten. Also von daher habe ich es dann zur Seite geschoben. So ein bisschen wie so ein Po-Mans-Vorderlands. Also Po-Mans. Ja. Was ist Po-Mans? Po-Mans. Po-Mans. Der arme Mann quasi. Also so das Borderlands des kleinen Mannes. Okay. Also es war, es war so, es war im Prinzip sehr ähnlich, weil du halt im Prinzip alles erschießt, um zu grinden und so. Po-Mans lehnt. Ja. Und es war, ähm, aber lange nicht so gut. Aber ich habe es trotzdem ein bisschen gespielt in der Weile, ein paar Stunden und es hat irgendwie so einen komischen, schon so einen Suchteffekt. Wie jedes MMO. Wie jedes MMO so ein bisschen. Es ist also kein wirklich schlechtes Spiel, aber es hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Ich sage übrigens jetzt schon vorher, dass wir genau die gleiche Diskussion über Quantum Break führen werden und sagen, ja, die Idee war ganz gut, aber es funktioniert halt dann doch nicht, irgendwie Videospiel und Serie irgendwie so zu verweben. Es weiß ja bis heute immer noch keiner genau, was die meinen mit Serie. Wird es eine Fernsehserie, die parallel läuft oder wirst du im Spiel wie Serien Folgen haben, die sich aus dem Spielerischen heraus entwickeln? So habe ich es jetzt neuerdings verstanden. Weiß es auch nicht, aber... Also sie versuchen es halt so zu verkaufen, dass du Einfluss auf die Serie hast und umgekehrt. Aber das ist natürlich Quatsch. Allein die beiden Produktionsarten von Spiel und Film. Ja, was ja funktionieren kann, wenn du sowas wie ein Lost-Videospiel machst, dass du halt die Charaktere triffst und ja, also so wie The Walking Dead das ja auch macht von Telltale, dass du einfach eine Begleit-Lektüre sozusagen dazu hast, die aber trotzdem hin und wieder mal Cameos oder sowas bringt. Da kann das ja schon funktionieren. Aber gut, Injustice können wir glaube ich skippen, da haben wir auch eine ausführliche Folge zu. Prügelspiel mit... Ja, Prügelspiel, ordentlich auf die Fresse, wie das Finale von Superman, der Superman-Film, Man of Steel, so übertrieben ungefähr ein Spiel. Also es macht echt Laune, weil diese ganzen Kulissen auch... Wer jetzt sicher eine neue Next-Gen-Konsole geholt hat, eine PS4, gibt es ja auch eine PS4-Version jetzt übrigens. Also, wer die keine PS3 oder so hat. Wir sind doch noch im April, da wissen wir doch noch gar nicht, dass neue Konsolen kommen. Achso, ich vermute, es wird ja auch für die PS4 kommen. Und der E-Primer-Misch muss man glaube ich auch nicht so viel sagen, dass... Liebmann oder Hassmann ist ein Kultspiel. Directors Cut hat es jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Also im Sinne von, dass da jetzt wirklich eine Bereicherung drin ist, meine ich. Also es ist jetzt, wenn man das Original gespielt hat, hat man nicht so viel verpasst. Aber... Aber ich fand's schon... Ich hab mir letztens noch mal diese Diner-Szene angeschaut, wo die beim Essen sitzen. Und es ist einfach, wenn man sich das anschaut, denkt man sich einfach, das ist ja wohl... Das kann ja wohl nicht ernst sein. Das ist sowas von... Also ein Schultheater... Eine Schultheateraufführung ist Shakespeare schauspielerisch vergleicht dazu. Also es ist sowas von cheesy, dass man das einfach nicht mehr aushalten kann. Aber das macht es auch so unterhaltsam. Es lebt ja auch nur davon, dass es halt Twin Peaks als Spiel ist, oder? Davon lebt es irgendwie. Ja, und dass man so viel zu entdecken hat. Also es ist wirklich... Also für Leute, die sehr gerne geheimnisst oder so Easter Eggs aufdecken, ist es ein witziges, richtig coole Spiel. Aber dann kam ein richtiger Knall. Es war nicht alles schlecht im April. Es war nicht alles schlecht im April. Nur unser April-Scherz, aber dann wurde's richtig gut. Das passt nämlich gut zusammen, weil bei diesem Titel hab ich auch gedacht, das handelt sich um einen April-Scherz. Und dann hat natürlich jeder gedacht, ja, hier, hm, haben sie uns erwischt. Hier wird alles so VHS-Kassetten-Stil und... Well-played Ubisoft, well-played. Und ich hab dann auch wirklich erst so zwei, drei Tage danach, als sie dann so... Nein, nein, es ist kein April-Scherz. Es kommt wirklich raus und sowas. Ja, ja, komm, jetzt könnt ihr's auflösen. Ich hab das sehr lange geglaubt, dass es wirklich ein April-Scherz war. Aber es war cool, weil... Ich muss noch sagen, was? Ach so, haben wir es nicht gesagt? Far Cry Blood Dragon. Ich fand es sehr cool, dass man einfach mal als Add-on mal was Neues probiert. Und ich find immer... Ich bin nicht so der Fan von DLCs, von Story-DLCs. Weil ich einfach, wenn ich ein Spiel abgeschlossen hab, dann hab ich da irgendwie mit abgeschlossen. Und dann find ich's immer komisch, wenn man dann nochmal so... Ja, jetzt kriegst du hier nochmal so eine Stunde neues Spielmaterial. Ganz geil ist es wie bei Mass Effect, wenn das dann irgendwann vorher schon passiert gewesen ist. Genau, ja. Du bist mit der Hauptstory durch und dann kommt nochmal ein Story-DLC. Genau, da kann ich mich einfach irgendwie nicht mehr für erwärmen, dass ich dann mich nochmal da in diese Geschichte reinarbeite und mir überlege, was war denn da? Und das dann auch nur so für einen kurzen Appetit tappen. Weil das ist ja nicht so, dass man sagt, man kriegt nochmal eine komplette Story, sondern du kriegst ja wirklich immer nur so eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Weil länger ist ja ein DLC meistens nicht. Und dafür hab ich ja bei Far Cry 3, bei Blood Dragon wirklich so, okay, das ist ein neues Spiel, das ist in sich abgeschlossen, ist in sich stimmig, ist eigentlich wie ein kleines zusätzliches Downloadspiel. Mhm. Und das fand ich eine coole Idee, ein Download, so ein DLC so zu machen. Kam ja auch als Standalone. Also du musstest ja auch die Far Cry 3 Retail- oder Hauptversion nicht haben, hat aber die ganzen Assets genutzt. Und hatte diesen supergeilen 80er-Action-Film-Charme, alles in Neon. Hat sich ein bisschen schnell abgenutzt, fand ich. Ich fand die Grundidee geil, ich fand den Sound geil, ich fand diese Amiga-Zwischensequenzen mit diesen Pixel-Animationen, die hier und so reinfahren, fand ich großartig. Der blinkende Hintergrund. Ja, genau. Und auch diese völlig cheesy, übertriebene Bösewicht-Story mit Cyborgs und tralala. Und allein das Tutorial war großartig, weil sie sich halt auch sehr selbstreferenziell über Tutorials in Shootern lustig gemacht haben, auch über Far Cry 3 lustig gemacht haben. Diese ganzen Sachen irgendwie, wenn du Herzen ausreizt. Press A, congratulations, you showed the ability to press the button A. Fand ich großartig, hat aber dann, nach ein paar Stunden war dann irgendwie so, dieser Flair war vergangen und dann ging es eigentlich nur noch so um das Kämpfen und da hat diese Optik, da war Far Cry einfach schöner, in der Welt auf den Inseln rumzulaufen, fand ich in Blood Dragon ein bisschen zu eintönig. Ging mir tatsächlich auch sehr ähnlich, also mich hat es auch direkt wegen diesem Trash-Trash, also irgendwie der Aufhänger war die Apokalypse, Apokalypse, also der Trash. Das ist ja wirklich, als würde man 80er Jahre Trash nehmen und den nochmal persiflieren. Also Meta, Meta, Meta sozusagen und das fand ich schon ziemlich cool, weil ich meine, das Ding hat aus dem, aus dem Dinosaurier, Roboter-Dinosaurier, die aus den Augen Laser schießen und so ein Klatsch, das war super. Aber das Spielprinzip hat es dann einfach nicht ganz so gehalten, weil die haben sich dann sehr darauf verlassen, dass du eine Basis nach der nächsten einnehmen musst und so und das wurde dann doch ein bisschen repetiv irgendwie und das fand ich ein bisschen schade. Aber trotzdem, also allein vom Stil, dass sie überhaupt die Eier hatten, so ein Ding umzusetzen, ist schon ziemlich geil und das hat mir auch insgesamt sehr gut gefallen. Ja, und dass man halt auch echt als so ein großer Publisher, die dann sonst immer darauf bemüht sind, ja nicht irgendwo in so eine Falle zu tappen oder alles muss irgendwie dreimal vorher von der... Es war nicht die sichere Nummer. Genau, dreimal vorher von der Production und den Fokusgruppen muss das irgendwie getestet werden, ob das ankommt und sowas und dann einfach mal sowas zu machen kann. Keine Scheu halten, dass die Marke dadurch so besputzt wird sozusagen. Also ich meine, Fuck Cry ist ja schon so eine große Kursivmarke auch, die man auch, also wo man direkt an Dschungellandschaften, wo man halt nach Afrika irgendwie denkt, aber man assoziiert das nicht mit Trash. Also in dem Fall nicht dieser Form von Trash. Und dass die Chefabteilung das durchgewunken hat und gesagt hat, nee, ihr geht jetzt auf Nummer sicher und macht einfach nochmal eine neue Insel, neue Bedrohung und wäre ohne Probleme machbar, hätte sich auch verkauft. Konsequent durchgezogen. Also wirklich im... Wurde aber auch belohnt, fand ich, von Kritikern, von Spielern. Und ich glaube, es hat sich auch echt gut verkauft. Ja, wir hatten ja damals diesen Streit auf, also Streit auf Twitter, weil du gesagt hast, ja hier total der Topseller und dann hat sich halt rausgestellt, es hat sich irgendwie eine Million Mal verkauft oder sowas. Für den Downloadtitel? Ja, für den Downloadtitel. Aber das Hauptspiel hat sich dann, glaube ich, irgendwie sechs oder sieben Millionen Mal verkauft. Und dann sagt man schon, und das Hauptspiel hat halt 60. Euro gekostet. Da ist das schon nochmal einen Tick erfolgreicher gewesen. Aber klar, der Aufwand, so ein drei, vier Stunden Add-on zu produzieren, ist natürlich viel geringer. Auch wenn sie die ganzen Assets produzieren müssen und so. Aber ich glaube, das Geld, was dann insgesamt da reingesteckt wurde, war geringer. Aber, ja. Guacamili! Habe ich jetzt erst... Ganz kurz, ich hatte eigentlich erwartet, dass wir jetzt viel mehr so 80er Retro Charme kriegen. Dass das loskriegt. Hat sich aber noch nicht mehr Wahrheit. Das hieß nicht im Ganzen, oder? Also man hat ja mit den Spielen diese Parallelwelt aufgebaut, die 80er. Da gab es wirklich die 80er. Das war nicht... Das ist kein böser Traum. Das war keine Palette-Universum. Aber diese Inszenierung, also die Inszenierung. Ja, ja. Und auch wenn Drive nicht in den 80ern, auch wenn Drive nicht in den 80ern, fast daneben gekippt, nicht in den 80ern spielt, hat es auch dazu beigetragen, dass man es irgendwie damit identifiziert und dieser ganze Stil. Da gab es auch noch zwei Retros, die Rampage geht ja auch in diese Richtung, die schönen 80er. Aber das waren die drei einzigen Spiele, die mir jetzt in den Sinn kommen, die das oft richtig zelebriert haben und dann war die Welle auch schon wieder vorbei. Also da haben manche Pixelspiele mit diesen langen, dünnen Beinchen und so, haben mehr Nachfolger mit sich gezogen als jetzt Blood Dragon. Aber es wäre auch zu offensichtlich gewesen. Also das war ja so auf die Zwölf. Wenn es jetzt alle draufgegangen wären. Es geht halt auch nicht bei jedem. Welches Spiel kann man sich das denn noch vorstellen? Tomb Raider mit Dauerwelle. Und Schweißbändern. Lara Croft mit Schweißbändern. Aerobic Raider. Stimmt. Es gibt aber in Dead Space 3 tatsächlich einen Modus, einen Bildfilter. Denn das ist aus dem so eine alte, neunzehörige Rändersequenz. Ah ok. Das ist so total verwaschen und pixelig so ein bisschen. Muss man aber irgendwie das Spiel zweimal durchgespielt haben. Sind wir das auch nicht geschafft. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Das ist ziemlich witzig. Was kam noch? Guacamili. Das, was du jetzt gerade aktuell gespielt hast. Genau. Ich habe es jetzt erst gespielt auf der Vita, weil es im Dezember glaube ich, was im PS Plus kostenlos war. Und ja, ich fand es witzig. Es hat auch echt Spaß gemacht. Ich fand es nicht so überhyped. Bzw. ich fand den Hype darum nicht ganz so gerechtfertigt, weil ich mir dann irgendwie doch gedacht habe, naja, es ist ein netter Plattformer, so ein 2D Brawler. Aber mehr auch nicht. Ich fand es richtig gut. Also ich mag auch dieses unverbrauchte Setting. Es hat ja so diese mexikanische Folklore zusammen mit diesen Wrestlern, mit diesen mexikanischen und verbindet beides. Also dieser Totenkult von Mexiko mit den Wrestlern, mit einem super präzisen Plattformer, der auch so diese typische Indie-Mechaniken hat mit zwischen den Weltenwechseln und Plattformen und Farbcodes und so weiter. Also war eigentlich alles drin. Der Humor hat auch funktioniert, aber an manchen Stellen so ein bisschen too much. Der Humor hat manchmal so Memes aufgegriffen. Ja, dass du im Hintergrund so andere Charaktere getroffen hast oder den Angry, diesen Angry-Meme. Wie heißt denn der? Dieser, der so guckt wie du jetzt gerade. Angry-Meme? Ja, da haben sie manchmal so ein bisschen so, haha, guckt mal, wir wissen hier Internet-Humor und haben das dann so eingeblendet. Was ich aber cool fand war, dass am Ende habe ich gelesen, es kommt aus Kanada, ich weiß nicht ob das Spiel geht, und es wurde gefördert vom Film Development Board Ontario oder sowas, wo ich dann sage, okay, das ist schon krass, dass in Kanada solche Sachen dann gefördert werden. Aber der Art-Designer ist ein Mexikaner. Achso. War super Spiel, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Auch richtig schön, das erste Mal, dass ich diese Cross-Play und Cross-Safe, ne Cross-Play, Cross-Buy und Cross-Play, weiß nicht wie Sony das nennt, dass du es auf der PS3 spielst, speicherst, sagst, lad das Speichergame in PS Plus hoch, gehst in den Bus, spielst auf der Vita weiter. Das fand ich richtig geil, habe ich bei dem Spiel das erste Mal so richtig benutzt, weil es auf beiden Plattformen gut funktioniert hat. Und so soll es halt auch sein, also ich glaube, das ist hoffentlich die Zukunft, dass du viel öfter die Sachen einfach mobil mitnehmen kannst und eben nicht rüber streamen musst auf das Gerät, sondern halt gespeichert. Battlefield 4 muss ich jetzt nicht auf der Vita mitnehmen, so ein Bombast-Spiel, aber gerade solche Plattformer-Geschichten wie Guacamelee sind perfekt dafür gemacht, die auch unterwegs zu spielen. Gut. Don't Starve, auch ein schönes Stichwort. Auch PS Plus jetzt, genau. Auch PS Plus im Januar, ne? Mhm. Also Wahnsinn, was da... von Sly Entertainment, die auch das wunderbare Ninja-Spiel letztes Jahr gemacht haben. Mark of the Ninja. Mark of the Ninja, genau. Die mag ich eh total gerne und Don't Starve ist richtig schön und entwickelt sich auch toll weiter. Also so ein Permadeath-Spiel, was... Du läufst so von oben schräg runter, hat so diese Tim Burton-Ästhetik, die mich sehr angesprochen hat, auch mit diesem leicht düsteren und Halbtot-Welt und solche Geschichten. Und du gehst rum, sammelst Items ein, hat so quasi diese... Ist ein bisschen wie Minecraft, ist aber gar nicht wie Minecraft. Aber du kannst halt Sachen craften. Ja? Also du sammelst Sachen ein und... Warum lacht ihr denn jetzt? Nein, das ist wie Minecraft, nur gar nicht wie Minecraft. Nein, was ich meine, das sagen immer viele, das ist ein Permadeath-Spiel, aber mit Minecraft-Elementen. Und dann denkst du halt an Klötzchen und sowas. Ach so, okay. Aber es hat so dieses Sammeln und daraus Dinge craften. Und du kannst halt selber entscheiden, baust du jetzt irgendwie ein Fohr auf und baust ein Lager oder pflanzt du irgendwie Zeug an und musst halt so lang wie möglich überleben. Und eine Todesmöglichkeit ist das Verhungern. Also Don't Starve. Aber man stirbt alle Tode, nur nicht verhungern. Das ist großartig, ja. Also ist Nomen nicht Omen, sondern... Und ich muss mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat. Also die haben da fleißig weiterentwickelt. Und mal gucken. Ach, das war dann noch im Beta-Status? Genau. Ich habe dieses Beta gekauft, wo du zwei Keys bekommen hast und konntest in den Browser dann spielen und haben sie jetzt ja portiert für alle möglichen Plattformen. Und sind 15.000 neue Charaktere und Items und Spielmodi dazugekommen. Das ist auch so ein, ich möchte nicht sagen Trend, aber das ist auch 2013. Uns ist das aufgefallen, als wir die Liste für das Jahr zusammengestellt haben. Wie oft Spiele rauskamen. Also in Hotline Miami kam jeden Monat für irgendeine andere Plattform drauf. Irgendeine Plattform. Hier nochmal für Linux. Und hier nochmal für das. Und hier nochmal für Android. Und hier nochmal für iOS. Also das heißt, dass mittlerweile diese Indie-Spiele für ganz viele verschiedene Plattformen importiert werden. Was es früher ja gar nicht gegeben hätte, weil es diese Systeme überhaupt nicht gab. Und jetzt ist es schon gut, dass du anhand von Unity, also viele von den Spielen sind ja in dieser Unity-Grafik-Engine programmiert. Und da kannst du im Prinzip mit wenigen Klicks. Also theoretisch. Theoretisch. Ich kann es ja auch nur so, ich kenne nur was mir Entwickler sagen. Ich kenne mich ja selber nicht aus. Aber die sagen halt, man kann mit relativ leichten Mitteln, weil die Plattform ist quasi mit den ganzen End-Systemen kompatibel. Und dann kannst du halt einfach nur sagen, okay, ich möchte das Spiel, habe ich jetzt fertig. Und bitte einmal für Android, einmal für iOS und einmal für Windows kompilen, so ungefähr. Und dann läuft es halt auf jedem der Systeme. Und das kann ja eigentlich nur gut sein, weil wenn du dem Kunden die Wahl gibst, wo er ein Spiel spielen kann, ob er sich aussuchen kann, dann ist es natürlich optimal. Und oftmals wird es ja sogar fast besser. Also Hotline Miami spielt sich auf der Vita richtig knackig und richtig gut mit den zwei Analog-Sticks. Ich habe es mit der Maus gespielt auf dem Mac, aber es hat gewonnen auch dadurch. Diablo 3 hat auch gewonnen durch die Konsolenportierung. Das kommen wir ja nachher auch noch dazu. Ganz kurz noch, Don't Starve, ich dachte, du sprichst das an, dass Don't Starve auch eines dieser Spiele war, was dieses Jahr groß Trend war, dass du Spiele mit Early Access kaufst und spielst, wenn sie noch nicht mal fertig sind. Also das hat ja, wie gesagt, auch Minecraft damals so angefangen mit dieser Alpha, wo du mitmachen konntest. Und dieses Jahr wurdest du ja überschwemmt mit Angeboten, hier steig in die Early Access ein. Steam hat ja dieses Early Access Programm gestartet und so viele Spiele kannst du inzwischen schon in der Beta spielen. Wobei ich mich immer frage, es gibt so viele fertige Spiele auch, da musst du schon richtig drauf hinfiebern, um jetzt dann so ein unfertiges Spiel schon anspielen zu wollen. Das ist für Nation-Spieler aber eigentlich ganz cool. Du brauchst ja schnell Feedback. Genau, es gibt halt eben so ein paar zum Glück ausgefallene Spielkonzepte, die vorher so noch nicht probiert worden sind und das ist natürlich für den Entwickler auch ein gutes Feedback funktioniert unsere Idee, also verstehen unsere Spieler, ob das ankommt und so. Und was müssen wir verbessern, um denen halt wirklich entgegenzukommen. Also das ist eigentlich für alle irgendwo auch ein Gewinn. Und natürlich sparen, also das darf man auch nicht vergessen, wirtschaftlich gesehen, sparen sich die Leute damit auch das Beta-Testing ein bisschen. Also natürlich fahren sie dann auch immer noch ein paar Playtester, aber längst nicht diesen Umfang, den du normalerweise bei einem Produkt hast, das fertig auf den Markt kommen muss. Also ich bin ja gerade in der Early Access von Last Guardian, aber ich habe noch nicht reingeschaut. Ja, das ist schade. Das hast du jetzt hiermit verraten. Also es kommt wirklich. Aber für die Xbox, ne? Ja, stimmt. Ne, für die Ouya. Achso. Ouya exclusive. Ne, aber was ja auch mit diesem Early Access ist, du ziehst dir ja auch im Prinzip so frühe Fans ran, weil das ist auch so psychologischer Effekt und das hat man ja auch bei Kickstarter gesehen, dass dann die ersten, weil 2013 war auch das Jahr, wo die ersten Kickstarter-Projekte rauskamen und manche von denen waren halt einfach schlecht. So, aber man redet sich dann halt selber ein, ja so schlecht ist es gar nicht und irgendwo macht es ja doch Spaß und man redet sich selbst schön, weil man dann irgendwie ja doch da Geld dafür bezahlt hat und man will sich selbst nicht eingestehen, dass man vielleicht doch nur auf ein cooles Produktvideo reingefallen ist. Und das ist ja auch so das Prinzip bei diesen Early Access, dass du halt schon dir eine aktive Community heranziehst und Star Citizen ist das beste Beispiel, ist jetzt bei 26 Millionen oder was, also eine absurde Summe mittlerweile und es wird jeden Monat eine Million mehr und es wird immer so, ja wenn wir das noch mitmachen, dann kriegt der noch eine animierte Brücke und wenn wir die nächste Million schaffen, kriegt der noch irgendwie, machen wir die Spielwelt doppelt so groß und bei der nächsten Million portieren wir es noch auf die Plattform. Und offenbar sind diese Reiz, sind Ziele immer so reizvoll, dass die Leute dann immer sagen, ja gut, dann lege ich nochmal irgendeinen Zehner drauf, damit die nächste Million auch geschafft wird. Und der hat es mittlerweile geschafft, sich so eine aktive, treue Fanbase zu schaffen, obwohl es noch nichts von dem Spiel gibt, außer ein paar Concept Arts und so ein paar 3D-Modelle von irgendwelchen Raumschiffen oder sowas. Und diese Community geht natürlich raus, macht auch Werbung für das Spiel und so, weil sie sich halt als, ja wie so ein Teil des Entwicklers fühlt. Das haben wir letztes Jahr ja auch schon beobachtet, dass Kickstarter immer mehr auch für große Studios als Marketing-Instrument dient, wenn ein guter, bekannter Name dahinter steckt. Gab aber dieses Jahr auch einige Flops, die nicht mehr funktioniert haben, weil Kickstarter in der, bei der Journalle nicht mehr den Stellenwert hat. Es gibt so viele Kickstarter-Kampagnen, dass es fast gar keine Berichte mehr da groß zu gibt. Es ist die Presse wieder schuld. Das ist ja typisch. Die kommunistische Presse. Haben viele Entwickler jetzt auch gesagt, dass sie gesagt haben, es ist schwerer, die Aufmerksamkeit zu kriegen über einen Kickstarter. Ja, aber auch bei Spielern, weil du halt auch täglich so viele Kickstarter-Projekte in einer Timeline gespült bekommst, dass du halt, früher war halt so, oh ein Kickstarter, guck ich mir zumindest das Video mal an. Und heute ist es halt so, ja ein Kickstarter. Und inzwischen ist es bei mir sogar so gekippt, dass ich sage, ja gut, wenn es auf Kickstarter ist und das findet genügend Fans. Ich bin jetzt nicht der Oberfan, aber ich schaue es mir dann an, wenn es fertig ist. Ja, da brauche ich jetzt nicht unbedingt noch Geld drauf zu werfen, weil das Budget ist ja irgendwann auch aufgebraucht, was du bei Kickstarter rumliegen hast, was immer noch nicht erschienen ist. Natürlich entsteht dann auch so ein bisschen so ein Ungleichgewicht zwischen den Projekten, die tatsächlich förderungswürdig sind und den Projekten, denen die Kohle jetzt nicht gebraucht hätte. Und bei Chris Roberts darf man sich schon ein bisschen darüber streiten, ob das jetzt so nötig ist, dass der so viel Kohle scheffelt, weil der hätte wahrscheinlich so oder so vielleicht ein Publisher an Land ziehen können, weil es ist nur mal Chris Roberts. Aber bei anderen, da gibt es halt, also ich habe auch sehr viele Projekte beobachtet, wo ich dachte, wow, das ist geil. Und da auch ein bisschen Kohle drauf geworfen, aber die sind halt nichts geworden irgendwie, weil ich von zwei sehr unbekannten Menschen wieder so gemacht habe. Ich bin jetzt ultra gespannt auf Wasteland, ob das tatsächlich was wird. Es kommt jetzt demnächst raus, aber das, also entweder sorgt das für den unfassbaren Boom dieser Oldschool-Rollenspiele, dass die auf einmal alle wieder... Was Shadowrun ja nicht so wirklich losgetreten hatte. Oder das wird halt auch so eine Enttäuschung auf hohem Niveau, dass man halt sagt, ja, das ist ganz ordentlich, aber halt trotzdem nur was für Genre-Fans. Alle anderen spielen Probe. Gut, aber lass uns mal in den Mai kommen. Ich glaube, eines eurer Lieblingsspiele dieses Jahr, Metro Last Light. Unfassbar gut. Also ich habe da wirklich, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste dieses Jahr, welches war der beste Shooter, also der beste Story-Shooter, wenn ich jetzt mal Multiplayer oder sowas ausblende, dann muss ich schon sagen, Metro, das hat mir so toll gefallen und ich fand es auch echt, dass sie es geschafft haben, eine eigene Story in diesem Metro-Universum. Beim ersten Teil kann man auch sagen, gut, da war die Story irgendwie gut und durchdacht, weil sie halt die Buchvorlage hatten und jetzt mussten sie halt, ja, aus heiterem Himmel oder, wie sagt man, aus heiterem Himmel, sondern aufs weiße Papier, mussten sie dann auch erstmal eine gute Story zur Rande bringen. Und das hat wirklich funktioniert und ich fand den... Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Story ein bisschen verfolgt habt, da weiß man ja auch nicht, was da dran war, aber der Ex-THU-Chef, die ja der ursprüngliche Publisher waren, der heißt denn auch, der auch Naughty Dog mitgegründet hat, Jason Rubin. Der hat dann irgendwie ja gesagt, ja, die arbeiten da quasi wie in so einem Dritte-Welt-Land, die sitzen alle ohne Heizung auf Plastikstühlen und müssen die Computer und die Debug-Konsolen, müssen sie am Zoll vorbeischmuggeln, weil sie die in die Ukraine nicht irgendwie offiziell legal einführen dürfen und so. Und deswegen muss man es denen noch höher anrechnen. Ich weiß jetzt nicht, was da dabei ist, ob das vielleicht auch ein bisschen so diese amerikanische Arroganz und Naivität war, so nach dem Motto, überall von außerhalb von Amerika ist alles Dritte-Welt und da haben die Leute noch... Da sind sie froh, wenn sie gerade Videorekorder haben, so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, was da dran ist, aber da war ich echt froh, dass da Deep Silver dann irgendwie eingesprungen ist und gesagt hat, ja, wir machen das zu Ende, weil das wäre echt ein herber Verlust gewesen, wenn das Spiel nicht... wenn das jetzt irgendwie in dieser THQ-Pleite mit runtergerissen worden wäre. Also ein super toller Spiel. Ich mag dieses Metro-Universum sehr gern, weil das einfach so bedrückend ist und auch irgendwie... Es ist so eine richtig düstere Erzählung ohne Happy End und das haben sie auch im zweiten Spiel wieder irgendwie echt hinbekommen. Ich fand sehr cool, wie bedrohlich sie diese Welt auch gestalten konnten. Du hast wirklich dieses Gefühl gehabt, so jeder Meter... Du kannst froh über jeden Meter sein, den überhaupt läuft, weil du wirklich diese Sicht durch diese Maske hast und du musst diese Maske auch immer wieder trocken wischen und so weiter und so. Und ich finde, diese klaustrophobische Stimmung, selbst in der Oberwelt, wenn man oben unterwegs ist, man ist eigentlich sogar schon fast froh, wieder zurück in den Tunnel zu können. Das ist so krass gut gemacht. Dieser arktische Winter, der dann oben der Wind bläst und sowas, dass du echt denkst, wie absurd ist das? Du bist halt wirklich so... Wieder in der U-Bahn, weil da oben und dann... Weil du zumindest in der U-Bahn hast du halt den Vorteil, du kannst halt nur in der Röhre von vorne oder hinten angegriffen werden. Und in der Oberwelt musst du halt immer schauen, kommen da irgendwelche Fliegemonster oder was sitzt da oben auf dem Dach? Also ganz, ganz... Und halt die Atmosphäre, halt dieses... Durch diese kleine... Diese Bretterbehausungen laufen und dann siehst du halt den Großvater, der seinen Kindern da irgendwie... Also den Enkelkindern was erzählt und... Da ist Leben da unten, so absurd das auch klingt, aber in diesen Metro-Gängen haben sie wirklich Leben reingezaubert. Ja. Und es wirkt nicht aufgesetzt so richtig, sondern es passt richtig gut rein. Ich mochte diesen Reisecharakter wirklich auch sehr. Also du startest halt an einem Punkt und musst ganz klar von A nach B irgendwie laufen und siehst immer wieder in diesen Ladisqueens deine Karte und hast diese Reise durch diese absurde Welt, das ist ja eigentlich nur Moskau, nur eben in dieser Fantasiewelt umgestaltet. Und sie haben dann, also wie sie dann auch... Ich hab das Buch zum Beispiel auch nicht gelesen, aber wie sie mir als in Bedarf dann zum Beispiel diese Faschisten dann vorgestellt haben und andere politische Gruppier, wo ich erst... Wo der Mann dachte, wie kommen denn die deutschen Nazis in Moskau in die U-Bahn? Aha! Aber wirklich auch so bedrückend und wirklich bedrohlich, aber du hast am Ende des Spiels wirklich auch das Gefühl gehabt, eine Reise. Obwohl es nur ein paar Meter eigentlich sind. Und das ist halt das Besondere. Es ist halt nicht irgendwie eine epische Reise durch ein komplettes Land und du bist dann in einen anderen Kontinent, sondern es sind ja wirklich nur zwei, drei Kilometer oder so. Es ist wirklich ein kleines Feld. Aber halt jeder Meter gefährlich, genau. Also perfekt umgesetzt auf jeden Fall. Ja, tolles Spiel. Da hoffe ich auch, dass da eine PS4-Version oder so kommt. Weil das sah eh schon geil aus, aber da eine Next-Gen-Version oder Xbox One-Version... Ja, oder von mir aus gleich ein neues Method. Ja, aber ich rechne einfach mal stark damit, dass jetzt viele Titel nochmal, weil sie die hohen Texturen sowieso schon haben, nehme ich mal an, durch PC-Versionen und Umsetzungen, dass sie da relativ easy sagen können, zack, das Spiel nochmal rauslassen und dann kannst du jetzt auch voll aufdrehen und 1080p machen. Wenn man hier aufregen, kann man dann bitte einen O-Bahn-Tunnel gestalten. Und dann siehst du dieses Spiel, das ist super. Allein die Dampfwaffen und so. Und kurbeln und so. Und die Lampe. Und die Lampe. Das sind so aufladen. Das ist richtig gut. Einer der Lieblingsspiele des Jahres war auch, habe ich zusammen mit Blood Dragon gesehen, wo ich auch erst dachte, geil, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, war Call of Juarez, das Ganzlinger. So quasi als Entschuldigung für die Fans. Der letzte Teil war ja so ganz absurd mit dem Kartell. Das war richtig schlecht, ja. Und war wieder ein richtig schönes Western-Spiel. Wobei ich jetzt echt kein Western-Fan bin. Aber ich mochte diesen unzuverlässigen Erzähler. Der war so großartig. Du hattest so diesen Bastion-Stil, dass einer immer kommentiert hat, was du gemacht hast, aber als richtiger Erzähler. Also der Hauptcharakter hat quasi seine Geschichte erzählt und du hast sie mitgespielt. Und er hat sich dann halt verplappert und hat Blödsinn erzählt. Und dann kam die Barfrau und hat gesagt, war das nicht so? Und das hast du alles visualisiert bekommen auch. Stimmt, die waren gar nicht da. Und verschwinden diese Reiter wieder. Äh, die Reiter. Die Ritter. Verschwinden diese Reiter wieder und wurden dann ausgetauscht. Und das war so gut. Die haben so viel Liebe da reingesteckt in diese Spiele und hatten so Spaß dabei, dieses zu entwickeln. Das hat man an jeder Sekunde angemerkt. Das war ein richtig knackiger Shooter. Wir haben uns oft unterhalten, wie bei einem Shooter die Geräusche sein müssen von diesen Waffen, wie satt die sind. Und ich glaube, nichts hat mich mehr befriedigt zu ballern, als Ganslinger dieses Jahr. Ja. Ich fand das so gut, auch mit dieser Slow-Mo. Großartig. Das ist, dass man so ausweichen konnte teilweise. Man hatte irgendwie, es gab diese Karten, sowas wie Poker oder so. Und wenn du dann im Prinzip jetzt sterben würdest, weil das der letzte Schuss ist, der dich treffen würde, hast du dann immer noch die Chance, wenn du jetzt richtig reagierst, dass die Kuh dann an dir vorbeifliegt. Und das ist wirklich so richtig gut visualisiert, auch toll gemacht. Mich hat eigentlich nur gestört, dass es eine Spur zu linear war. Fand ich ein bisschen schade. Ich habe mir gewünscht, dass es ein bisschen offener ist. Durch den Erzähler hat es halt auch Sinn gemacht und gepasst. Aber das stimmt. Es hat eigentlich schon Sinn gemacht und es war auch eine sehr ausgefallene Idee. Und ich habe, also der Humor ist halt aber auch nicht zu aufgesetzt, fand ich trotzdem. Es war so trocken aus. Es hat zu dieser Cowboy-Welt auch gepasst. Es wirkte nicht wie ein moderner Humor, sondern passte auch in diese Szenerie rein. Es hat irgendwie so einen Bossfight gehabt und dann sagte der so, und plötzlich habe ich einen Weg gesehen. Und dann wupps, gingen so Steine nach oben. Das hatte dann so diese Inception-Optik wieder. Also es sah auch optisch beeindruckend auf, dass dann die Objekte einfach weggeflogen sind. Großartig. Hat es Fabu eigentlich durchgespielt, wollte ich noch wissen. Fall of You, right? Weiß man nicht. Eines der großen Super-Level-Mysterien. Ich habe auf Steam mal geguckt, da stand es nicht drin in seinen Chief-Man. Frechheit. Der zweite große Skandal des Jahres. Der Super-Level-Shitstorm. Ein Spiel müssen wir unbedingt erwähnen, weil es eigentlich für eine 15-jährige alte Konsole rausgekommen ist, mit dem Sturmwind. Da haben wir beide sehr lange... Wir warten heute noch auf das Muster. Auf das Muster, das uns mehrmals versprochen worden ist. Aber ich habe es dann am Ende doch selber gekauft. Das war dann ausverkaufen, muss ich bei EB 80 Euro verblechen. Das hat sich gelohnt. Das ist eigentlich ein... Ein neues Spiel für die Dreamcast. Erstens das. Es ist ein neues Spiel für die Dreamcast. Ein Entwickler von Doranic. Das ist ein deutscher Entwickler. Und die haben ziemlich lange daran gearbeitet und machen das auch alles komplett independent. Und es ist eigentlich nur, in Anführungsstrichen, ein Schmupp. Aber ein richtig, richtig gutes. Also, so würde man heute auch einen Schmupp entwickeln für Xbox Live Arcade oder so. Und warum haben sie es da nicht für Xbox Live Arcade gemacht? Weil ich meine, wenn du es für Dreamcast entwickelt hast, ist doch... Es gibt auch Leute, die programmieren halt noch C64-Spiele und die wollten halt Dreamcast-Spiel machen, weil sie halt sagen, das gehört auf dem Röhrenmonitor, auf so ein Gerät, keine Ahnung. Ich habe übrigens gerade... Wir machen einen YouTube-Channel, wo wir nur Schmupp-Spiele besprechen und wir nennen es Schmupp-Schmupp-Hurra. Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber es ist wirklich extrem gut. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil... Also, wenn du Schmupp-Fan bist, dann wirst du automatisch... Das ist super, ja. Das ist super. Ich sag das total gerne. Schmupp-Schmupp. Ja, das ist ein Schmupp-Schmupp. Das stimmt halt alles, was wichtig ist. Es hat tolle Musik, es spielt sich groß, alles hat ein cooles Waffensystem. Das stimmt sehr, sehr an... Ja. Da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe es leider nicht gespielt, weil es nie kam, aber... Ihr habt ja gesehen, wie meine Dreamcast verstaubt. Meine Kabel da noch alle angeschlossen sind. Ich finde das auf jeden Fall eine große Erwähnung wert, weil es ein Juni verspielt ist. Wir müssen halt wirklich auch alles sehr cool sein. Gut, dann. Im Juni war die E3 und das, finde ich, war so... War mal richtig wieder die spannende E3. Letztes Jahr haben wir gemeckert, wie langweilig die war und immer so, ja, wieder neuer Aufguss von Shooter XY und hier Explosionen und nur platzende Köpfe und Gewalt in den Präsentationen. Also das war ja wirklich... Wo dann auch so gesagt, muss man denn immer irgendwie... Selbst ein Last of Us, was ja echt viel auf Story und sowas setzt, wurde da wie so ein Brutalo-Gewalt, wie so ein Manhunt inszeniert, wo du dann gedacht hast, also das muss ja gar nicht so sein. Und dieses Jahr war das so richtig eine coole E3, weil da hatte ich... Das war auch der Zeitpunkt, ab dem ich tatsächlich Bock auf die neuen Konsolen hatte, weil da haben sie so viel tolles Zeug gezeigt, wo ich auch echt Lust hatte, das irgendwie zu spielen und auch Lust hatte, so, jetzt will ich eine PS4 haben. Ich habe aber wirklich dann kurz nach der E3, das siehst du dann ja genau, wann du das bestellt hast, deine Order platziert hast, kurz nach der E3 habe ich die PS4 bestellt. Rückblickend eine gute Entscheidung, weil sie dann wenigstens pünktlich zum Launch da war. Aber ne, fand ich auch toll. Und auch so Indie-Spieler, da waren so viele Leute so, wow, guck mal hier, da haben sie noch was und da... Und wie heißt das, was so ein bisschen wie Aiko ausschaut, das Indie-Spiel, was für das 4 kommt? Ah, ja, das sieht fantastisch aus. Ich habe den Namen auch vergessen. Das sind Bilder, wo der Junge auf dem Lagerfeuer sitzt. Rhyme. Rhyme. Rhyme, genau. Ja, mit Rhyme. Toll. Und das waren halt wirklich so, wo ich sagte so, okay, es ist alles da, du hast dein Assassin's Creed, dein Battlefield, aber dann trotzdem auch schon diese künstlerischen, wertvollen Indie-Spiele und... Das war so ein... Du hast plötzlich wieder diese Diversität, da hast du plötzlich gemerkt, da war Vielfalt da, das war cool. Also, beim letzten Jahr war es, wie gesagt, so gewaltdominiert so und... Ja, und nur AAA, also nur so... sichere Nummer, Shooter, Sportspiel, Basketball, Autorennspieler. TV, 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 TV. Ich meine, das ist... Also, für mich persönlich ist das natürlich okay, aber halt langweilig, Weil es halt irgendwie... Die Industrie lebt halt... Also, ist halt auch besser, wenn sie sich immer laufend selbst neu erfindet, so. Und das war dieses Jahr wieder so ein neuer Impuls. Also, bam, da kommen eigentlich wieder neue Sachen und hoffentlich wird's nächstes Jahr so weitergehen. War doch auch. Richtig schöne E3, war auch richtig so schön, immer dann... Wir haben ja viel dann auch nachts die PKs angeschaut und dann zusammen parallel quasi im Skype uns da unterhalten und das war dann echt so ein bisschen dieses, oh, guck mal hier, das hast du schon gesehen und sonst was. Bis auf Michael, der hat mir nichts mitbekommen. Nicht mal der... Was war das Watchdog? Sondern hier, The Division. Tom Clancy habe ich sofort im Kopf ausgeschaltet. Das ist wirklich so. Tom Clancy geht hier rein und da wieder raus. Aber dann habt ihr mir jetzt gestern den Trailer gezogen, das ist doch schon sehr beeindruckend. Ja. Er hat auch wirklich gar nicht so viel mit dieser Militärästhetik. Nee, überhaupt nicht. Doch's Weekend und so'n Quatsch. Aber da schließt sich auch der Kreis, weil nämlich dann der Knaller auf der letzten E3 war ja trotz dieser ganzen Gewalt war ja The Last of Us. Und das kam ja dann pünktlich zur jetzigen E3. Kam ja im Juni dann... Im Juli? War's Juni? Juni? Im Juni. Kam ja dann The Last of Us. Endlich raus. Neues Spiel von Naughty Dog. Heißer Anwärter auf Spiel des Jahres. Hat nicht enttäuscht. Ich vermute auch, dass es in den meisten Publikationen Spiel des Jahres gewinnen wird. In der Journalie. Weil allein schon die ersten 20 Minuten wirklich schon so'n Kloß im Hals hast und danach auch die Action irgendwie stimmt. Hat nicht immer funktioniert an vielen Stellen, aber Ellen Page war super. Viele sagen ja, es ist die bessere Ellen Page-Rolle dieses Jahr gewesen im Vergleich zu Beyond. Kann man natürlich so jetzt nicht sagen, die arme Schauspielerin, die diese Ellen Page nachspielen musste. Ich war auch nicht wirklich begeistert irgendwie. Also die Ellen Page... Ich mir echt ein bisschen leid, weil die völlig untergeht. Kein Mensch... Also ich hab wirklich auch der Dom, der auch auf dem Podcast ist, der Kackersang gemacht hat von Coding Monkeys, der hat sich wirklich The Last of Us gekauft, weil er gedacht hat, das wäre Beyond. Er hat gesagt, ah da kommt dieses neue Spiel mit Ellen Page. Und dann kam Last of Us in die Läden und er hat sich Last of Us gekauft, weil er halt das Cover gesehen hat. Ja, es gibt doch auch so die... Und dann war er völlig... Was? Moment mal, das ist ja gar nicht Beyond. Es gibt doch auch diese Screenshots. Er hat ja trotzdem wahrscheinlich das bessere Spiel bekommen. Wahrscheinlich. Es gibt ja auch Screenshots irgendwie von USA, Best Buy oder sowas, die dann so Promotion Prospect irgendwie so... Und da steht dann halt drin irgendwie Ellen Page Games oder sowas. Da sind halt die zwei Spiele da. Im Nachbetracht jetzt, wo wir Beyond auch gespielt haben, es ist schon eine sehr junge Ellen Page. Also The Last of Us ist wirklich so diese Juno Ellen Page und bei Beyond hast du ja auch die erwachsene Ellen Page. Also es sind schon nochmal zwei grundsätzlich verschiedene Charaktere. Es ist dann im direkten Vergleich schon auch klar, aber es ist schon eine sehr starke Inspiration da gewesen. Was ich richtig cool finde, an The Last of Us wollte ich noch sagen, das sind ja eigentlich alles alte Komponenten. Zombies im Prinzip. Infizierte. Infizierte. Von mir aus. Also Dinger auf jeden Fall. Monster. Dann so dieses grüne Apokalyptische Verinslave. Apokalypse. Irgendjemanden, den du beschützen musst. Das sind all die alten. Männer mit Bart. Aber sie haben es so interpretiert, dass es trotzdem neuem frisch bergte. Nur wegen der Inszenierung. Tolle Musik. Ja, das muss man schon echt sagen. Und sehr magische Momente. Also einer der schönsten, so ähnlich wie diese Tomb, ohne jetzt was zu spoilern, aber es sind Tiere involviert. Da war ich wirklich vor dem... Und da musste so seufzen. Also so ähnlich wie diese Tomb Raider Stelle, wo sie auf diesem Leuchtturm ist, gab es einige Stellen, wo man wirklich so diese Idylle gleichzeitig mit der Apokalypse und trotzdem so dieses es gibt kein Zurück mehr. Das haben die richtig gut hingekriegt, die Stimmen. Für mich ist Naughty Dog halt so wie so ein guter Christopher Nolan Film. Einfach dieses, das ist High-Quality-Triple-A-Hollywood-Produktion, aber trotzdem noch irgendwie so ein bisschen intelligent. Also und ich finde, das haben sie auch mit Last of Us wieder bewiesen, dass sie es irgendwie können, halt einfach auf total hohem Niveau zu produzieren, tolle Spiele zu machen, die aber dann trotzdem irgendwie so die ein oder andere Frage stellen, trotzdem mal zum Nachdenken anregen und trotzdem auch mal dazu die Leute zu bringen, dass man mal über das Ende diskutiert, dass man sagt, du hast die Szene schon gesehen und... Du bist noch nicht ganz durch gewesen, oder war das bei dir? Aber was ich auch interessant finde, weil wir letztes Jahr diese Gewalt so fast diskutiert haben, die fand ich dann im Nachhinein sogar richtig gut in den Spiel, weil sie einfach, sie war radikal und extrem, aber halt eben auch nicht beschönigend. Und wenn du es halt spielst, hast du halt den Zusammenhang, dann ist der Zusammenhang ein ganz anderer, als wenn sie dir auf der E3 halt irgendwie fünf Minuten Gameplay-Schnitzel zeigen, wo der halt nur Leuten irgendwie mit der Shotgun den Kopf wegschießt und... Ja, trotzdem war es ähnlich, also das haben Spiele allgemein das Problem, dass du halt einfach diese Action brauchst als Action-Komponente, es hätte trotzdem dem Spiel auch nicht schlecht getan, ein bisschen weniger Gewalt zu machen. Also nicht Gewalt von der Darstellung, sondern von der Menge der Leute, die du umbringst. Das gleiche Problem Uncharted, Tomb Raider, Last of Us hat das auch, du bringst einfach zu viele Menschen um. Es würde so ein... Tomb Raider würde auch gut funktionieren, wenn du halt fünf Leute umbringst in einem Spiel. Würde auch funktionieren. Glaube ich ganz fest daran, dass es jemand mal schaffen muss, da eine realistische Zahl zu machen, dass wirklich nur Selbstverteidigungsmorde dabei sind. Und The Last of Us hat diese Atmosphäre, aber der Typ ist einfach trotzdem ein Amokläufer, wenn du einfach nur die Zahlen anguckst. Du kannst es beim Spielen ja ganz gut ausblenden, das ignorierst du ja sowas. Aber es fehlt so ein bisschen diese Erklärung, wie er dazu geworden ist. Das hat manche, wie den Markus zum Beispiel von Superlevel, den hat es total aus der Bahn geworfen, dass der von heute auf morgen dann halt so ein unerklärter Massenmörder ist. Ja, und das ist... Also man kann das auch nachvollziehen, weil eben die Kämpfe können ja trotzdem dramatisch sein, auch wenn du einen Gegner hast. Es gibt ja durchaus auch Spiele, die jetzt so langsam wie sind alles versuchen, die sind noch in Entwicklung. Aber das wird hoffentlich auch irgendwann mal kommen, dass diese Ideen weg von diesen Massen kommen. Wenn wir... Also das zerstört das eben. Das ist komplett so. Das erste... Hast du das nicht gesagt, dass im ersten Tomb Raider irgendwie nur vier Leute oder so gestorben sind? In Anführungsstrichen nur vier. Und das hat ein starker Kontrast zu dem neuen. Oder irgendwie... 500 oder so. Aber die... Es gibt irgendwo so eine Grafik, wo du halt dann siehst, wie viele Leute in einzelnen Tomb Raider-Teilen sterben und dann siehst du halt, dass das wirklich so exponentiell ansteigt. Im ersten sind es halt irgendwie vier. Und dann im zweiten sind es schon irgendwie 15. Und dann wird es halt wirklich immer so mehr. Und im letzten sind es halt irgendwie 400 oder sowas. Aber Last of Us hat mich echt bewegt. Also die Klicker sind super. Super Feinde. Die super nervig sind und wenn du es aber dann geschafft hast, bist du trotzdem halt irgendwie stolz. und echt sehr viele magische Momente. Und das Ende, ohne jetzt was zu sagen, hat mich echt tagelang auch beschäftigt. Also eben wie bei Bioshock Infinite, das waren so die zwei Spiele, wo man sich wahnsinnig noch austauschen konnte über das Ende, über die Entscheidung. Bei mir hat es halt im Laufe der Zeit dann erst funktioniert. Dass ich am Anfang gedacht habe, ganz schön enttäuschend für so. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, da war doch irgendwie mehr drin. Und dann am nächsten Tag so, wie ist das richtig geil, wenn du es dir überlegst. Also das arbeitet dann so in dir. Und jetzt rückblickend finde ich es total das gute Ende. Aber im ersten Moment bist du erst mal ein bisschen enttäuscht. Denkst du so, oder kann, muss nicht. Aber ich habe viele erlebt, die auch so gedacht haben, und dann nach ein paar Tagen das richtig auch nachvollziehen konnten. Sehr schön. Und jetzt kommen, die arbeiten ja jetzt an Uncharted 4. Also es heißt nicht Uncharted 4, sondern es wurde ja nur so als Teaser Uncharted. Ich weiß nicht, ob das dann ge-rebootet wird. Der PS4 Uncharted quasi. Genau. Ob es einen neuen Charakter gibt oder sowas. Da freue ich mich ein großer Uncharted-Fan. Ich freue mich typisch. Allein den Slogan hat man hier so. Ja. Ne, diese Musik. Uncharted-Musik, wo man dann sofort so, und du hast dann sofort so, ah, Abenteuer. Ja. Indianer-Jones halt. Ja, genau. Gut. Dann können wir das eigentlich abrufen. Dann haben wir das zweite Halbjahr. Ja. Also es sind natürlich noch ein paar andere Interessantes, was wir bekommen, aber was zeigt, wenn wir die jetzt nicht alle irgendwie erwähnen müssen. Ja. Gut. Ja, dann ... Bis zur nächsten Folge. Lassen Sie uns den Quatsch hier beenden, um mal Sigmar Gabriel zu zitieren. Und ... Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören schon mal für das erste Halbjahr und bis zur nächsten Folge. Alles klar. Tschüss. 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 Schau. Schau. Knochen w Tagin. Schau. t